Oh man Leute, ich wollte eigentlich echt nicht mehr weiter spielen, weil es mir langsam mal schon wieder ein bisschen reich mit Super Meat Boy, aber die Musik ist so geil. Die Musik ist so geil, die motiviert nicht. Oh Gott, ich finde die so geil, ich finde die so geil. Okay, das Level sieht auch einfach mega geil aus. Das ist ein Bandage. Habt ihr gelitten. Boah, 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 ich wollte gerade sagen, ich habe es geschafft, aber. Alter, der Sprung ist heftig. Aber die Musik motiviert mich gerade, ich habe einfach Bock, ich habe einfach Bock zu spielen, einfach nur weil die Musik geil ist. Och du Scheiße, ich sollte das Level vielleicht erstmal so spielen. Kann ich da rein theoretisch gleich rüber? Also einfach nochmal von hier ein bisschen Anlauf. Ne, wahrscheinlich nicht, weil ich nicht so hoch komme, oder? Ne. Schade. Okay, dann muss ich das so machen. Ist das geil. Es ist motiviert, selten hat mich eine Musik so motiviert. Und da komme ich auch sicher nicht so durch? Ne. Ich muss wirklich da drüben landen, ey. Das ist halt auch wieder so eine Millimeter-Geschichte. Und man, du darfst hier eigentlich, oh mein Gott, du musst halt hier einen Schlüssel holen, ne? So, und jetzt nochmal den ganzen Weg zurück, ohne zu verlecken. Spätestens da, wo du kurz gerannt bist, nämlich hier, hast du schon verloren, oder? Das ist ja an sich schon mal gar nicht so schwer. Ach nee, da kannst du hier. Boah, ich hab sogar ganz Bandage, gell? Nein! Oh! Das schaffe ich mit Bandage. Musik, sag mir, dass ich das mit Bandage schaffe. Und das wäre auch einfach die Mega-Leistung. Ich könnte das Bandage auch ganz am Ende erst holen, fällt mir auf. Oh, guck mal, ich schaffe es auch so. Das ist wirklich nicht schwer, das muss ich schaffen. Ah, dann falle ich aber immer in das Loch da. Das muss ich schaffen. Nice! Ich bin so motiviert, Leute. Das ist richtig geil! Das ist ein super Gefühl gerade. Selbst wenn ich faile, ist das mir gerade vollkommen egal. Na, komm. Na, was ist da sinnvoller? Das so zu probieren? Ja, das ist... Ich glaube wirklich, das ist kein Glück. Boah, weil ich jetzt die ganze Dark World so motiviert bin, nur wegen der Mucke. Was wir da haben. Oh, jetzt hat's gelaggt. Nein. Es hat gelaggt. Ich würde mich normalerweise mega aufregen, aber... Die Musik beruhigt mich nahezu. Hammer. Oh, shit. Daran hab ich nicht gedacht. Dass ich da auch nochmal durch muss. Daran hab ich nicht gedacht. Oh. Kann ich da hin? Wartet mal. Das muss ich erstmal ausprobieren. Dann muss ich quasi da landen, wo ich... Oh Gott, das ist mega schwer. Okay, da wieder durchkommen. Das wird, glaube ich, die größte Aufgabe. Okay, es würde gehen. Das heißt, ich muss sogar so anfangen. Weil ich dann erstmal... Oh Gott, das perfekte Landen und so, das wird nicht so schön. Aber machbar. Nein. Ich schaff' das. Da schaut's euch an. Ich komm da easy rüber. So, jetzt halt da drüben landen, wird halt ätzen. Ja, das hab ich schon fast gedacht, dass ich das nicht schaff. Ich müsste erstmal schauen, ob ich... Ey, also dadurch kommt es einfach auf die Härte. Boah, ist das heftig. Ich muss erstmal herausfinden, ob ich das überhaupt schaffen kann. Ey, das ist echt hart. Okay, ich könnte da einfach rüber. Okay, 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 okay. Okay, Leute, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Na, jetzt hab ich sogar Error Bandage Girl. Aber das bringt mir leider nix, in dem Fall. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Sonst hab ich mein Skill Wasser. Diesmal meine Skill Musik. Nice. Naja, äh, es ist keine Skill Musik. Nein, weil Skill zeige ich kein. Also, das ist dann doch eher Motivationsmusik. Ich brauch auch schon wieder viel zu lange an dem Level eigentlich. Das ist nämlich nicht so schwer. Musst du noch einmal da drüben hinkommen. Was? Warum hab ich's jetzt nicht geschafft? Das gibt's ja wohl nicht, ey. Hm, genau ins Loch. Super. Ah, das darf nicht wahr sein, ey. Konzentriert mit der Buhr. Komm schon. Ich kann es so sehr schaffen. Ja, ich wusste grad nicht so ganz, was ich tue. Aber jetzt hab ich gute Farbe halt geleistet. Jetzt muss ich fangen. Nein. Abgerutscht. Abgerutscht. Ich schaff das. Ich war jetzt so geschockt, dass ich darauf stehen bleiben kann. Dass ich vollkommen vergessen hab, dass ich weiter spielen muss. Okay. Sachen gibt's, ey. Hä? Ich hab's doch grad eben getestet und hab ich das doch auch geschafft. Das versteh ich jetzt nicht. Im Test hatte ich es auch geschafft. Ich kann's doch bezeugen. Hier, da bin ich da gelaufen. Da! Warum? Das war voll fliegt. Nein, ey. Ich mach das jetzt so. Ich erschwer's mir einfach nochmal extra. Ich glaub, es hat... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt hab ich's zweimal im Test geschafft. Jetzt willst du mir erzählen, ich schaff's nicht. Wenn's drauf ankommt. Ich schaff's. Ich schaff das. Das geht's nicht. Ey Jetzt haben wir schon zum dritten Mal fast geschafft Jetzt nochmal Ich renne Da WTF Was ist mein Problem? Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Warum schaffe ich's nicht, wenn's drauf ankommt? Nein, nein, nein Das gibt's doch nicht Nun komm schon, Mann Ich gammel doch schon wieder viel zu lang an dem Level Das gibt's nicht jedes Mal hier, ey Das ist ein Fluch Das ist ein beschissener Fluch Ja, genau, eingebrochen Jetzt 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 Mit Ankündigung Scheiße, da hatte ich zu wenig Platz Ich weiß nicht, was ich da jetzt gerade gemacht habe Dass ich da so für die Fläche hatte Alter, bin ich jetzt hier schon oft verreckt, ey Ey, kein Entkommen, ich schaff das Jetzt, jetzt, jetzt Jetzt Hol ich das Bandage jetzt noch? Hol ich's jetzt noch? Ja, ich hol es! Gott verdammt, yes Puh, okay Was erwartet mich hier? Kann doch scheiße werden Diesmal fahren die Dinger nämlich nach unten So dass du quasi festhängst Das ist höchst asozial Okay Wenn du glaubst, ich werde mit dir nicht fertig Dann hast du dich geschnitten Ich schaff das Und wenn ich nochmal zurückgehe zum Anfang Ich schaff das Ich weiß noch, wie ich hier in der Light World Ich hab mich einfach gesprungen Und war übelst weit Ohne, dass ich es eigentlich geahnt hab Weil ich gar nicht gewusst hab, was das Level von mir will Das ist ätzend, weil du da wirklich hängen bleibst Oh nein Nicht mehr zurück Oh, scheiße Ist das ätzend Boah, also das ist echt Also ich weiß nicht Für euch sieht's wahrscheinlich mega einfach aus Aber Wie du an dem Teil hängen bleibst Ist abnormal Und hier ist es jetzt in der anderen Richtung Okay Ganz ruhig Moment mal Da war Bandage Girl Was für die Schlüssel Von was für den beschissenen Schlüssel reden wir hier Nein, nicht wirklich Was für ein Schlüssel Ach, da in der Mitte Jetzt seh ich's Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Okay Du willst es wissen, ja Du kriegst es Du kriegst es so sehr Scheiße Und wenn ich nur noch zwei Level in einem Part schaffe Ich schaff's Genau Hier ist es Nein Nein Das schaff ich Das schaff ich so sehr Na Nein 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 Oh Dieses scheiß Dieses scheiß Laufband da unten Komm schon Ich schaff das Ich schaff das Ich schaff das Ich kann es die Style Und wenn es sein muss Ich schaff das Nein Ich wusste nicht wohin Ich wusste gerade einfach nicht wohin Ey Boah Muss ich mich da echt in der Mitte nochmal festhalten Kann ich da nicht direkt zu Bandage Girl OMG Dann ist es hart Dann ist es nochmal richtig hart Ein Grade A ist überhaupt nicht mehr zu denken Ey Ich bin ein Held wenn ich das schaffe Nicht da Muss ich auch sofort wieder gehen können zu Bandage Girl Das kannst du mir nicht erzählen Ey Ich wollte nochmal auf die andere Seite Jetzt habe ich nicht mehr aus Fick da Ich kann mir gar nichts Ich kann mir gar nichts Weg da Verdammt Warum Also jetzt bin ich hier wirklich auch weggesprungen Aber warum wollte er nicht Scheiße Ich sterbe eine Million Tode Oder das ist Nee Nein Gleich ist es da Das schief in der Erde Hier einfach nur sofort abspringen So jetzt nochmal Kannst du drauf sein Ich hänge wieder fest Ich darf mich nicht zu lange in der Ecke aufhalten Du stirbst sofort Ecke Tod Merken Die Du kommst Du vrai dumb 2 2 3 1 4 3 Vielen Dank.